Ich glaube, der hat 600.000 Ah ja, nur 10.000 Klicks pro Video Nein, Digga, der Ding Raphael, macht so zwischen 100.000 und 400.000 Klicks Sein letztes Video, Avatar, in Minuten hat er gemacht Vor zwei Tagen 200.000 Aufrufe Welche Anime hier Platz 1 sein werden Und vor allem, welche Anime ich alle nicht gesehen habe Weil ich einfach... Also, lass uns nicht nach unserem Mund Ja, genau, redlich das hier Aber der schaut doch nur auf mein Anime-Lewis, soweit ich weiß Ich kenne das Format, oder? Nein, der schaut jetzt 2019 die meiste beliebtesten Anime Halt so die so meiste Zuspruche Ja, aber wo schaut er dich? Ja, hat er nicht gesagt Man sieht doch, wo er schaut, oder nicht? Nein, nein, das ist so Ranking oder so Das ist komische Seite die Was ist denn da? Neh 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 Zusans Was heißt es? Follower Benutzer Ah, wo ich habe пойmen, das ist sehr Schmutz, Digga Der ist nicht so viel, ooooh, sehr gute Anime, Dororo Dicker, so ein guter Anime Dicker. Ich liebe die Story, holst du Leute, die Dororo nicht gesehen haben. Scheint war der Explorer Dicker. Eder Mut. Feuerwehrmänner von Fire Force! Und... Ah ja, Fire Force. Ah ja, Runde starten. Ah, jetzt. Hmm, 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 hmm. Ah, es beginnt. Oh mein Gott. Ah ja, Antimed? Ah ja, doch nicht. Es ist competitive. Ja. Er hat letztens mit Elias competitive gespielt. Er war so fertig, er liegt auf unserem Niveau, man. Ist auch Gold? Ja, er hatte ja noch gar nicht gespielt. Also competitive. Ja, aber es gibt auch anderen Ranks, man muss nicht competitive spielen. Rocket League versteht schon, wie gut er ist. Ah, man muss schon Ranks spielen, die Gäste zu verbessern. Ja, ich meine, damit man weiß, welcher Rang man ist, sage ich. Gut. Aja, mit dir? Mit dir? Oh mein Gott. Hahaha, oh mein Gott. Aja, mit dir? Aja, Bacila? Ah, schade. Natürlich hat er vor mir getroffen. Ja, du hast gekippt. Ah ja. Ah ja, Vorlage. Ah ja, Super Saijin. Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott, er hat mich gefickt. Jawohl. Kein boost, GG. Ah ja, Emil. Den mach ich rein, den mach ich rein. Den mit. Ah ja, mit dir? Ah ja, falsche Richtung. Ah ja, Anti mit. Ah ja, Super Saijin. Ah, verbiss dich. Gönn dir? Oh mein Gott. Nein. Jawohl. Bitte? Ich mach ihn, ich mach ihn. Oder ich hab ihn. Nein. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah ja. Schade. Auf Sparsam. Egal, gönn dir. Ah, verpässt dich, Digga. Bitte, verpässt dich. Ah ja, ich hab ihn nicht getroffen, GG. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jawohl. Ja, GG. Nein, zu hoch. Doch, doch. Ah ja, Fake. Ah ja, du lest hoch, gönn dir. Ah ja. Ich hab kein boost gehabt. Ah ja, Anti-Mate. Ah, wie? Schade. Wie kann sowas passieren, Digga. Ah, das kann doch sein, ne? Ah ja, er hat dich mies abgefuckt. Ah ja, Fake. Ah ja, hast du. Ah ja, Batsch. Ah, war schön. Nein. Kein boost. Hä? Digga, fast, er ist dich gerampft, Digga. Ah ja, Batsch. Kein boost. Noin. Was ist denn? Natürlich hab ich ihn, Digga. Ah ja, Emia hatte Paragoya direkt. Ah ja, Fake. Batsch. Ah, warte. Digga. Nein, ich hab kein boost mehr, Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ah ja. Nein, Digga. Ich wollte ihm direkt zur Seite passen, Digga. Er hat mich schließt, Alter. Nein, 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 nein. Nein. Schieß ihn weg. Jawohl, jawohl. Ich hab kein boost. Ah ja, geklaut. Was passiert, Digga? Was passiert, Digga? Nimm, 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 nimm. Ich hab kein boost. Ah ja. Ey, ich hab auch kein boost, Digga, Digga. Ah, der trifft mich einfach. Nein, das boost, Digga, das war's komplett. Verpirst dich, Land. Weg, 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 weg. Jawohl, ich hab boost. Lass, lass, lass. Ah ja. Ah ja, zu spät. Ja, du hast nicht mal boost, Digga, er geht einfach hin, Digga. Ah ja. Der geht nicht, der geht nicht. Ah ja. Nein. Haaschen. Ah ja. Fehllandung. Ah ja, warte. Nein. Piss dich. Ah, natürlich. Ey, mir hast du einen Schick weg. Oh, Mann. Der geht nicht. Jawohl. Warte, lass ihn. Ah. Ah ja. Ah ja, Pirat geworden. Ah. Ah ja. Ah ja. Ah ja, Pirat. Gigi. Scheiße, Junge. Oh mein Gott. Oh, hab noch mal Glück gehabt am Ende. Jawohl, hab auch Gigi noch mal Glück gehabt. Ah ja. Komm mit. Digga, lass ihn jetzt in Ruhe, Digga. Wie ich die knappe spüle. Schmutz. Ich muss dir das mal beibringen, Digga. Ich schwöre. Ah ja. damit du den gescheit landest. Aber ich kann nicht, Digga. Ja, ist es. Du bist also runtergefallen, Digga. Das einschätze ist schwierig. Naja, ich weiß. Du musst das Gefühl dafür haben. Man muss nicht drücken, dass man wieder aufkommt, Digga. Ich weiß schon. Hör mir doch mal zu. Wenn du runterfällst, dann das zu landest, sage ich. Nicht fliegen, Miegen. Damit du gescheit landest. Ja, ich hab doch gesagt. Da musst du nichts drücken oder nicht. Hallo, ich rede nicht vom Fliegen. Wenn du auf den Boden kommst. Ja, ich auch nicht. Ich weiß, was du meinst. Wenn man umgedrückt ist, dass man Ding wieder so gerade landet oder nicht. Ja, dann musst du so ein Ding haben. Wie heißt eine spezielle Taste da? Du musst es. Das bei Rock click ist es nicht eingestellt. Normalerweise. L2 musst du so drücken. Und dann musst du dein Auto so drehen, dass es kein gerade ist, ja. Machen wir mal kurz einstellen, warte. Kannst du kurz? Einstellen. Und dann Steuerung. Und dann Tastenbelegung. Und dann heißt es Rolle im Sprung. Das ist siebte oder so. Rolle im Sprung. Oder sechste. Ja, ich schau dir das. Und dann musst du L2 drücken, einfach. Das ist übelst wichtig. Deswegen kann ich mir hier so rollen in der Luft. Ich kann ja mein Auto so rollen. Was weiß ich so. Ich bin so gefakt. Hey, was macht die? Ah, ja. Okay. Einfach 50 mal Fake. Ah, schade. Ja, egal. Ich hab den. Ah, verpasst. Ah, ja. Und du? Hä, ich hab ihn doch gehabt. Jawohl. Uff, 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 der kommt gut. Ah, schade. Hast du? Ah, ja, Pinch. Ah, schade. Wenn wir beide Bühne machen, dann mach Pinch vielleicht. Ah, ich hab keinen Lust. Ja, verpasst. Hä, ich hab ihn doch gerammt lang? Er will faken. Ja, digga war so klar. Digga, hier, digga. Dann hier, Vorlage. Jawohl, digga. Oh mein Gott. Warum? Ah, wahrscheinlich warum? Ah, ich hab ihn weggekickt. Ah, ja, Vorlage. Oh mein Gott. Jawohl, Doppelpass. Ah, wahrscheinlich Doppelpass. Antipass. Ah, ja. Ha, 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 ha. Ich hab grad auf mich zu, digga, digga. Ah, ja, ewige Vorlage. Ich wusste Busson und passen, deswegen. Ah, ja. Junge durch meine Rettungsaktion. Kannst du das Ding einstellen? Ah, ja, es gibt trotzdem. Mach nicht, es gibt. Ja, schon. Einsteuerung. Und dann, ah, Hassbelegung anpassen, das Erste. Ja, ja. Und dann Rolle im Sprung. Du hast jetzt schon auf L2 bei mir. Ah. Ja, okay, immer wenn du runterfällst, dann mach L2. Drücken. Ah, ja. Schon mal kann sie, das dreht dein Auto so. Ja, ich weiß dort, digga. Ah, ja. Mach mal. Ah, ja. Ich bin doch noch nicht schief, digga. Ah, ja, hat den Ball gesaved, einfach korrekt. Ahem. Ja, natürlich. Ah, ja, nehm, 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 nehm. Jawohl, digga. Endlich, das war gute Chemie, digga. Ah, ja. Einfach nur hinten gewartet. War schon eine gute Chemie. Natürlich, digga, weil ich glaub, du dachtest am Anfang nicht gehen. Okay. Koordination. Ah, ja, wahrscheinlich. Das ist ein deutsch Begriff. Ah, ja, immer kein Boost. Alles schade. Ich mach ihn rein. Oh, schade. Oh, schade. Du sollst nicht hingehen, digga. Oh, du sollst nicht hingehen, wenn ich nicht nicht sage, digga. Okay, dann geh ich bei dir auch hin, digga. Okay, wenn du wüsstest, digga. Wenn du siehst, ich hab kein Boost. Du siehst doch nicht mal, ob ich Boost hab oder nicht, digga. Ich hatte noch Boost. Ich hab extra so gedribbelt. Ja, du hast ein bisschen zu nah gedribbelt für meine Augen. Ah, ja. Nur einmal, ich quitte, digga. Mach keinen Fax, alter. Ist nicht lustig, digga. Ich mein's ernst. Mein Gott, alter. Digga, du warst fast schon beim Tor, digga. Ohlum, ich hab 100.000 mehr Stunden als du. Ich weiß viel besser dieses Spiel, digga. Du warst hier, wo wir stehen jetzt. Ja, okay, hat deine Fresse, digga. Oh, mein Gott, alter. Ah, ja, Tor. Mein Gott, alter. Ich hab doch einen Mund, digga. Wenn ich sag, ich hab keinen Boost, dann sag ich's, digga. Wozu hab ich einen Mund, digga? Wozu hab ich einen Mund, alter? Schade. Ach. Schade. , wenn ich sag zum Mund ich habe ja oder in der mitte ich habe keinen bus jetzt ja meine mutter ruft mich da hat ihn hat hat kein bus ich habe kein bus obwohl lassen lassen oder oh mein gott ich habe so gut knapp er war dabei war nicht auf boden dicker da er ist dann auf dem boden gepreilt deswegen lächerlich digger also forsten und am boden ist so ein auto gewesen dicker ehrenlos darüber ich habe niemals erwartet gegnerten es war richtig schwere engel du warst so seitlich war es nur zum ball oder ja ich hatte 100 bus aber einfach so fliegt mit seite und muss aufgeladen ja das fliegt ja fliegt nach rechts so zu sagen genau und deswegen weil ich von seite kam ich musste gegen lenken so ich bin mit ich bin tor und tor mit der bisschen drüben oh ja g alles vorbei oh ja ja einfach zusammen reingepinscht ich will mal sehen Ah, ich will mal sehen, er skippt, er skippt Rosse. Ausgewohne, Dicke. Ah, ja, Super Saijin. Warte, warte, ich hab... Aaaaaaah. Warte, ich brachte ihn mit. Hab keinen Boost. Ah, den hab ich nicht so hoch, Dicke. Warte, ehrlich, Quester. Hallo? Hanno? Nee, nee. Ahh, S街 grill! Das ist voll mitter Bl间. arte, hab, hab, hab. War allein! Jawoll, Junge... Jawoll, Dicke. Hiss! Tööööööööööööööööööö j Powell只是 wagen... dieser schildersondertum... ah ja du hast doch gesagt wie dringend war letztes mal das läuft doch auch wo sie mix habe ich gedacht nicht mehr glaube ich also es lief vor paar monaten auf jeden fall aber ich weiß ich glaubst du könntest du mediathek gehen und da schon ich weiß nicht ob es da noch wüsst du mein gott hier sollte ganz anders gedacht sind die bus noch mit vielleicht oder alleingang hier mit ihm vor mir schon wohl von wo kommt was ich die oh mein gott hast du ja wohl ja ich hab dich gerampt nein dicke oh mein gott auf der bus macht ich kill den bus so genau was passiert ich hab ja gekommen doch er will dich töten glaube ich ja dieses bus habe ich nicht jawohl ich hab das brust nicht geschenkt geschafft und er geht noch mal ich wollte muss immer dann vorbeigefahren das war sogar besser glaube ich ja ich kann zeigen zugegen oh mein Gott das ist ein boost ja 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 redirekt ja 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 fake nein ja 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 ich ein aus ihr bist eigentlich hast du hast denn dog Ich wollte doch mal Glück gehabt Ich wollte Double Jummen, ich habe auch gesehen nach rechts oder so Alles geplant? Easy Hey Hast du Worte? Und Ah ja auch Risky Ja keine Musik, das ist so dumm von mir Oha Ich bin mit der Oh mein Gott Und ich mach runter Ah das mache ich der Ticker So viel da zu Ticker Habe ich den? GG? Er hat einen Boost Oh Der geht Jawohl So knapp Ah ja U Eierentscheidung Sagt zugemacht Easy Jawohl Um 5 Uhr ist Turnier aber Eier Hoffnung Eier Verräte Noch halbe Stunde Noch halbe Stunde Bis Turnier anfängt Oha Dicke schon 17 Uhr gleich Dicke wie schnell verging die Zeit heute Obwohl ich sieben Uhr oder so aufgestanden bin Yes Dicke zum Glück war 13 Uhr den Termin War schon War schon der Eier Eier Er ist mal ausgeschlafen Eier Eier Dein Lieblings Map Eier 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 Dicke Aier war ein paar rückwärts gar kein bus jungen wobei ich nur gepflegt habt ist hat er so viel pausch obwohl ich kein bus hat oh muss sein ah ja ah warte ah ja fake jawoll jung alles geplant ja ich weiß die diese schein mir nicht so gut zu sein mal sehen ja das ding ist schon mal ich schon mal ich treffe immer als erstes und dann machen die einfach abfälschen ja aber das ding ist so weiß es das kann auch nachteil sein wenn der gegner das auch macht oder was wenn der gegner den ball nicht berührt sogar ja weil er zu langsam ist und vor allem das bringt was wenn man so quere anschluss hat quere diese weiß was mein quer ja 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 die kann ich gut fliegen aber das war klug aufs ich kann einfach warten und dann wäre nichts passiert ja aber in dieser map sehe ich bin ja nicht halt ausrede dicker ich verstehe ja wohl ja flachschuss man sieht die spieler nicht mal die spieler sind dunkle mit ja 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 die geldbust geklaut oh mein gott nein ja 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 ich da ich nicht mit in 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 warte die er geht schon automatisch dahin die geist wie ich so hast du da so ich ja ich wusste ich habe ja das von der seite kommen nicht von nein der eine hat boost sein Vater bekommen ja nein der eine geht trotzdem digga der eine hat verkackt oh mein gott der eine kein boost ja lass lass hey Bacchera uff nein das wozu knapp j j sehr gefährlich aussehen ich hab da muss geklaut ich gehe hin obwohl was machen die wo ich kein bus hat oder sechs bus uff zu dir dg ah schade ja du hast schon die richtige idee da aber vergiss dich immer bei der wand zu springen also zur seite nicht einfach gerade aus den hat er nicht oh mein gott ich dachte der krieg nicht schade dich hat er mich so geschobst das war echt auslösen oh mein kein bus kein bus kein bus nein du gehst dich lang er wollte gehen ne ich nehm es ja ahja bocci ahja eh gut airline gänger so oh ja du hast kein bus den kriegt er nicht ah doch gefährlich uff oh mein gott natürlich auf einmal fliegen die die ganze runde haben die nicht richtig geflogen mach oh mein gott wie oh mein gott ich geh ich geh ich muss ja ja jawohl ich lass ihn oh wie hat er den erwischt das todas glück ich habe geboost gonna nehm das nehm das nehm dies nehm das nehm nicht wieso geht er nicht hin ich mache mitte also knapp naja viel zu der dahin hat mich gebraucht es ist viel zu riskiert ja wohl für dich ach schade nein dick er hat ihn noch letzte sekunde berührt naja kein boost ah doch ich hab boost naja watschig ah ja fick oh mein Gott er darf ihn nicht noch mal berühren sonst sind wir mal ja schon, ja schon ich bin mitte naja dicker kein boost jawohl 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 ich schwöre ich hab kein boost ich hab kein boost jawohl ah ja boost geklaut ich hab kein boost jawohl ah ich geh einfach drauf ich schwöre ah ja wahrscheinlich ah so hast du ja die geist ach ja ich hab kein boost oh ich hab kein boost jawohl finish jölle Ah ja, einfach beide Team ist gefickt. Ich hab kein Bus, leider. Hätte ich früher gesagt. Nein! Oh mein Gott. Ah ja, auf Ehren los. Er war am Weg. Oh mein Gott, dicke. Ah ja, pass. Ah, ich war echt der dicke Mann. Ah, wieder der Marsch, dick offiziell. Ge, ge, ge. Ich hab kein Bus, kein Bus. Bitte, geh. Einfach weg. Digga, auf einmal fliegt einer so krass. Das macht gar keinen Sinn. Digga, als ein großer Bruder gegeben oder so. Mein Fehler, mein Fehler. Schwein, digga. Knopp. Einfach plus drei Minuten, digga. Oha. Du hast auch kein Bus, glaub ich, gell, ja, ja. Am Ende hatte ich nicht mehr. Ich hab nur bei Mauer, bei Seite gehabt, digga. Ja, weil sonst, genau. Weil würdest du schon. Leider, leider, digga. Ah ja, Schmutzspiel. Ah. So, das macht Rotten. Ah ja, das ist ein Schmutzspiel. Das ist ein Schmutzspiel. Auf Sass Angli. Ah. Ah, kommt wohl nicht mehr Homo. Das ist meine Hassmüt, digga. Die ist mir viel zu bunt, digga. Ah ja. Oh, wieder leg. Jetzt in Mitte. Ah ja. 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 Doch nicht. Ich hab keinen Bus, digga. Danke für das Bus. Ah ja. Warte, nimm, nimm, nimm. Immer noch keinen Bus. Ah ja. Ah, digga. I'm confused. Ich hab für dich gelassen. Ah ja. Ja, es war schwierig. Jawohl, im letzten. Ja, er steht perfekt dort, egal, als sein Leben dort gewartet hat. Bitte, bitte. Fick. Jetzt im Eier war nicht drauf vorbereitet. Ah man, wie ich da, du Spitzlache. Eier, Alleingänger. Oha. Schade. Er ist mega. Da bist du, digga. Digga. Digga, wo, digga? Ah ja, mit dir? Doppelfil. Wahrscheinlich mit dir? Nein! Ah, digga, ich stand richtig bescheuert. Ah ja, falsch, wie ich tun. Oh my god. Ah ja, kein Mist. Ja, ich hab schon wusste, aber ich hab verkackt. Oh, Digga, den hat er so clean getroffen eigentlich. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Schmutz. Mund. Jawohl. Ja, ich sehe. Oh, ey, das knapp. Ah ja. Ah, so ein teammate kommt von hinten. Ah ja, normal. Helfst du, die Mini? Ah ja, auch Frieden. Ah ja, Fake. Schade. Jawohl, Junge. Ah ja, freut sich, dass er gegen schlechtere Ding. Eiße. Hahaha. Ah. Digga, ich vermisse mein Diamond-Ding lang, Digga. Ich spiel keine Ahnung, ich spiel. Nein. Ah! Aber wieso hat er mich getötet? Wir waren beide Supersonic. Ja, wahrscheinlich wegen Ping oder so. Ah ja, Bambus. Ah ja. Nein. Falsch eingeschützt. So geht er nicht hin. Er hat keinen Bus. Er macht Angst. Fake. Böttcher. Ah ja. Oh, Junge. Oh, jetzt komme ich gar nicht vor wie competitive sticker. Ah ja. Was machen? Ah ja. Geh, du geh. Wir bringen dich zum Quitten, Digga. Vertraue mir. Ah ja. Ah ja. Anti-Mate-Muffer. Ah ja. Fake. Ah, Digga. Ey, das ist so... Erstmal komm, Le... Ah ja. Doch nicht. AP ist dich, Digga. Schade. Ah ja. Falscher, verpiss dich. Nein, jawohl. Sehr gut. Warte, ich hab ihn. Ich mach mit. Ah ja. Obwohl. Egal. Warum berühre ich ihn nicht, Digga. Bei mir sieht es so aus, als ob ich ihn berühren würde, Digga. Es ist aber... Schade. Ah. Oh nein. Ich höre Schmutz. Ah ja, gib schon auf. Bei mir war das auch super Träume. Bei jedem war das. G. Ah ja, Timate. Ah. Ah ja, Claude. Uh, er geht einfach hinten, aber... Ah. Ah. Ah ja, falsche Richtung. Ah. Dicker. Dicker. Oh mein Gott. Ah, der war eh unmöglichst auch zu euch. Ja. Ah. 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 Das werde ich nicht verstellen, er... Zu spät gesagt. Ah ja. Nein. Du fühlst dich, Digga. Ah, was für einen Nennen? Ah ja, Leica. Kein Bescheid. vergessen zeitig zu drücken aha wenn der drin ist vielleicht machen die ja die müssen an dem ball vom boden fernhalten ist schwer der outlook ja auch nur glück aber schön ein namen geklaut hallo in lockt wahrscheinlich in lockt der schmutz lockt ich dachte lässt sich die lange nicht mehr von dir sowas gesehen ich wollte das andere nehmen er hat geklaut doch nun 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 Oh, oh. schade er geht so schon rein doch nicht vorbeigefangen ja auch kein muss zu stark aber zu mitte jawohl jawohl naja nach der runde ich hoffe ich gehe dann essen dkw digga er ist direkt einfach weitergekommen so und dkw damit habe ich nicht gerechnet dkw ich dachte er schießt dkw und bleibt dann dkw 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 Schade. Ah ja, Rückpass. Ah, wahrscheinlich Rückpass. Oh, mein Gott. Ah ja. Ah, Digga. Warte einfach. Digga, greift nicht mal an deine Digga. Hä? Digga, von wo kam der Digga? Digga, wieder von Afghanistan Digga. Ich weiß, warum er so schießen konnte, weil er sein Auto gedreht hat mit dem L2, was ich dir damals gesagt habe. Und das hätte er nicht gemacht. Ah ja, hab ich schon wieder vergessen. Mein Schmerz, ich weiß schon was du... Ah, er war chillen? Oh! 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 Oh. Oh, okay! Oh, er verpasst, er verpasst, er verpasst. Digga, der greift nicht mal an, Digga. Sehr gefährlich. Ah ja, auf Doppelbande. Ah ja, warte schon. Ah ja. Ah ja. Warte. Schuh. Jawoll. Nein, schade, Digga. Ach, Mann, Alter. Ja, der ist drin, 100%. Nein, ist der nicht. Oh mein Gott, Digga. Ich bin so dumm, Mann. Der hat mich falsch richtig um mich gedreht, Digga. Guck, man sieht es so, als ich falsch... Ah ja. Es gibt... Eben. Nein, du hast zu spät gefliegt. Nach hinten war es schon eigentlich richtig. Hä? Ah ja, besser als reinlassen. Ah! Scheiße! Digga, eine von denen ist richtig gut, Digga. Egal, belassen wir es dabei. Ah ja. Weniger Stress. Easy. Ah, wahrscheinlich easy verloren. Ja, die ist hier plätt. Schmutz. Ah ja, eh mehr 50er ping. Ah, wahrscheinlich. 32. Weiß ich. Ah, ja. Okay, der Cho. Geh. Ja, Cho. Äh, Ding. Du musst doch Spider-Man runter. Nicht vergessen. Ah ja. Ah ja. Ja, Cho. Ah ja. Du musst das mal machen. Ah ja. Du musst du mal machen. Du musst das mal machen.